Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Miriam und ich bin verantwortlich für das Ausbildungsmarketing bei der Bäckerei Härtner. Ich habe eine coole Nachricht für euch. Wir sind bei der ersten digitalen Ausbildungsmesse in Heilbronn dabei. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. So, nun zeige ich euch unseren digitalen Messestand. Aufgebaut ist der Messestand wie ein herkömmlicher Messestand in einer Messehalle. Zum Ersten finden wir hier das Widget. Hier erfährst du alles über die Ausbildung. Wir haben dort PDF-Dokumente eingestellt, die ihr euch runterladen könnt oder einfach nur zum Durchlesen. Ihr findet Informationen, warum es bei der Bäckerei Härtner einen sicheren Arbeitsplatz in Pandemiezeiten gibt, Informationen über unsere Ausbildungs-Hotline, die ihr jederzeit anrufen könnt und allgemeine Informationen rund um die Ausbildung. Im nächsten Widget habt ihr einen direkten Link zu unserer Homepage. Auf unserer Homepage findet ihr nicht nur Informationen zu den Ausbildungen, sondern auch allgemeine Informationen zum Unternehmen, welche Filialen wir haben und wo diese sich befinden. Außerdem haben wir eine Bildergalerie eingestellt. Über die Bildergalerie könnt ihr die ersten Einblicke in unser Unternehmen erhaschen, in die Konditorei, die Backstube oder auch in unsere Café-Standorte. Außerdem haben wir einen WhatsApp-Link eingefügt. Über diesen WhatsApp-Link könnt ihr an den Live-Chat-Tagen am Freitag und Samstagvormittag direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt uns eine kurze Nachricht, ruft uns an, wir sind gerne für euch da und beantworten euch all eure Fragen. Im nächsten Punkt findet ihr unsere Ausbildungsbroschüre. In der Ausbildungsbroschüre findet ihr alle Informationen rund um die verschiedenen Ausbildungsberufe. Die Ausbildungsbroschüre findet ihr außerdem in unseren Filialen in gedruckter Form. Im letzten Punkt habt ihr die Möglichkeit, über das Kontaktformular uns eine Mail zu schreiben. Diese werden wir zeitnah beantworten. Was ich euch auch noch auf den Weg geben möchte, sind unsere Schüler- und Studentenjobs. Informationen dazu findet ihr auch an unserem Messestand. Ihr habt gesehen, es gibt viel zu entdecken. Klickt euch rein, seid dabei. Wir freuen uns auf euch.